Herzlich Willkommen Euren Freunde, ich geh mal direkt in den TS-Wallshad, es sind wie immer alle dabei. Ach Gott. Also das ging schnell. Im Storage, ich wollte gerade... Ich war electrical. Ich wollte gerade... Leute. Geil, ich denke ich kann anfangen. Ich hab gekrollt, glaub ich. Also ich war in Admin drin, ich glaub, Conny war auch in Admin drin und noch jemand. Ich bin da gerade reingelaufen. So, dann ging das Licht aus, also meine Karte hab ich dann noch durchgezogen, dann ging das Licht aus, ich wollte da durchlaufen, weil wir ja meinten, wir laufen jetzt immer alle hin. Laufen wir auf einmal ein paar Leute entgegen, aber es war dunkel und wir sind zwar aufeinander gelaufen, ich weiß nicht, wer das war. Hast du nicht gesagt, du warst so eine Lagsbekleidung und jetzt hast du gesagt, du bist ein bisschen Admin. Nein, ich war Admin. Kack ist die. Kack ist Imposter, wir kommen aus. Nein, ich hab... Ich hab Admin, ich hab Admin, ich hab Admin und dann hab ich electrical light. Kannst du schnell, kannst du gar nicht dahin gelaufen sein. Das stimmt, Deine. Kack. Ey, ich möchte auch noch was sagen, ja? Ja, ja, ja. Aaron war noch in der Cafeteria, der konnte es nicht gewesen sein, danke. Aaron! Aaron ist safe! Aaron! Aaron ist safe! Nein! Nathan, guck Replay! Nathan, guck Replay! Nathan, guck Replay! Ich guck mal in Electrical. Ich war in Admin. Du warst in Admin. Und danach hast du gesagt, du warst in Electrical. Ich hab gesagt, ich bin in Electrical. Dann hab ich gesagt, actually, ich war am Anfang in Admin. Aber dann bin ich in Electrical. Ja, am Anfang. Es war gerade Anfang. Ich hab gesagt, dann bin ich direkt in Electrical. Ich verspreche euch. Ich bin's nicht. Und wenn ich rausfliege, wenn ich rausfliege, dann votet ihr bitte Nathan, okay? Okay. Können wir uns noch einigen können. Okay, also wenn ihr mich wirklich aufroten wollt, macht ruhig, okay, dann verliert ihr halt ein... Dann verliert ihr halt ein... Ich weiß es nicht. Ich bin nicht imposter, immer noch nicht. Ich hab gesehen, wie du mit Colin in Electrical gelaufen bist. Und du sagst, du bist in Electrical gewesen. Nathan, halt deine Fresse. Oh, ich weiß es nicht. Ich auch nicht, ich auch nicht. Ich hab geskippt. Also es geht nicht. Nathan, halt deine Fresse. Das ist einfach keine Lüge. Okay, pass auf. Ich möchte was sagen. Ich möchte was sagen. Kahn hat nicht gelogen. Es war genauso, wie er es gesagt hat. Oh, die Lichter sind da immer noch aus. Auf Protest mache ich keine Tasks mehr. Tschüss. Ja. Den geht auch geboten. Okay, okay, wir sind hier zu viel. Machen die das, dann kann ich hier eine Aufgabe machen. Zack, zack. Und zack. Ja. Oh nein. Mann ey, jetzt ist die scheiß Tür ja zu. Warte, ich muss noch mal... Ich krieg's nicht in 1 bis 10 durch. Ich wollte jetzt noch mal emergency callen, weil ich mich recht für ihn gewöhne. Ach so. Ich finde die eigentlich auch ein bisschen weird. Das kann einfach so random sagen, der war ein Admin und danach sagt der Zeug. Ja, so wie er sagt, auf jeden Fall ist das Hardware. Oh Gott. Ähm. Hallo, ich hab ne Frage. Ja, okay Moritz. Ähm. War Lexi... Also ist Lexi alleine zur Leiche gegangen? Oder war da noch jemand dabei? Keine Ahnung. Weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Okay, Lexi süß. Danke. Das wollte ich wissen. Aber Lexi auch wie irgendwen weiß, ne? Ja. Ich war in Admin drin, das Licht ging aus, gleichzeitig war noch Conny in dem Raum und noch jemand, dann bin ich... Ach ja stimmt, hab ich vergessen. Sorry. Dann bin ich runter gegangen, Conny liegt im Storage Raum. Das war's. Ich hab nur gesehen, wie Conny... Es kann auch sein, dass er mit... Ich dachte, es wär irgendwas dunkles gewesen. Vielleicht ist es auch Kranger, der mit... Aber es muss auch nicht sein, dass er ihn gekillt hat. Ja. Ron, sag mal was. Ron, sag mal was. Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Irgendwie... Jeder wird sich rechtfertigen. Oder zu irgendwie. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich glauben soll. Ja, so. Also ich find's weird, dass Kranger vorhin als... als Kang random Bullshit getalkt hat, mich nicht... äh... Kang nicht gevotet hat. Hä? Ich hab nur der Wombat gevotet. Ja, aber warum? Ja, weil ich... Weil ich noch keine Beweise hatte. Und du und er da... euch da... hier, ne? Wie Frittner. Aber ich hab gehört, dass er gesagt hat, er war in den Neckwilchen und er war in den Edmund. Das hast du auch jetzt geklärt, Neo. Aber ich versteh nicht. Also ich bin eher... Ich weiß das nicht. Ich weiß... Ja, weil ich nicht sicher war. Und da wollte ich lieber jemanden anders, ja? Wo ich grade noch denke, dass der es ist. Und ich mach das eigentlich wirklich immer. Das ist nicht weird bei ihm. Ach, keine Ahnung. Meistens sind da meine Entschuldigungen sogar noch korrekt. Ich würd's skippen, weil ich nicht... weil ich mir nicht sicher bin. Meistens auch nicht. Ich bin für Wombat. Oh, ich hab gar nicht gevotet, oder? Ach ja, stimmt. Ja, aus Versehen. Aus Versehen, leider. Doch, doch. Digga. Vielleicht ist das auch der Trick, dass man sich nur in... Äh, Lexi? Kannst mal bitte weggehen? Ich hab Angst vor dir. Kommt ihr jetzt hier? Ich weiß es nicht. Ah, ist ein Fortschritt. Ist ein Fortschritt passiert. Okay. Sehr schön. Sehr schön. So, wir brauchen gar nicht mehr so viel zu machen. Ich muss mich noch scannen lassen. Ich glaube, das klappt eigentlich ganz gut. Ah ne, muss ich nicht. Oh, ich muss diese Kacke hier wieder machen. Beep, 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 beep. So. Gut. Wir kommen spät. Wieder, sorry. Ich muss kurz rülpsen. Oh, ne leckere Pizza. Die hätte ich jetzt auch gern. Oh, ne. Licht ist aus. Das heißt, wahrscheinlich sind es schon wieder viele gestorben. Es gibt ja auch zwei, ne? Oh Gott, das hab ich ja ganz vergessen, dass es zwei Leute gibt. Kann ja sein, dass jetzt gleich schon vorbei ist, ne? Oh, 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 oh. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Okay. Das ist nicht. Oh. Ist er gestorben? Ja, ich dachte vielleicht aufgrund dieses Lichts ist jetzt jemand gestorben. Moritz, warum? Ja, ich erklär's dir. Achso. Äh, ich dachte aufgrund des Lichts wäre jemand gestorben. Und da wir ja noch zwei, äh, Mörder haben. Ja. Ja, okay. Ne? Bevor dann alle tot sind. Also, Nathan ist glaube ich safe. Ich bin immer noch für der Wombat. Ne, also wir können jetzt niemandem sagen, dass er safe ist bei jemandem. Ja, doch. Nathan safe. Lexi ist es. Warum, warte, warum ist denn Nathan safe? Nein, 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 nein. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Aaron safe ist. Warte, das ist doch wieder... Warte, ist das nicht mal ne Leiche da und da? Es ist Lexi. Warum stell ich's gar nicht? Ja, Lexi hat sich so oft hier schon jetzt ganz suspekt verhalten, ja? Ja, das sagt zu jeder, ob ich im Postal bin oder nicht. Dann bin ich halt ne komische Person. Und jetzt raus mit der. Ich weiß nicht wie Lexi ist, wenn sie Traitor ist. Genau so. Also, ne, Trash. Zwei tot. Einer davon ist höchstens, der anderen rausgebootet. Das kann nur auf Lexi. Er kann halt nicht mehr aussichern, weil kein Kill war. Das heißt, es kann kein Killcooler. Das heißt, wenn ein Traitor wäre, dann hätte der Killcooler abgehabt. Ah ja, stimmt. Bei Aaron bin ich mir auch sicher. Also, entweder Marco oder Lexi oder Karl. Wieso, warte, warte, warte. Wieso redet Marco eigentlich nicht mehr? Hä? Ja, weil Liam schreit Lexi an. Ich schreit nicht. Ja, weil Lexi ist... Ja, okay. Lexi und Marco sind's dann wahrscheinlich. Dann wollten wir jetzt erstmal Lexi raus, oder was? Okay. Jede Runde behalte ich mich Suspekt. Ja, ich weiß Lexi. Das ist traurig. Du bist einfach verdächtig, Lexi. Deine Stimme schon. Lexi ist ne ganz verdächtige Person. Ihr warst. Ja. Marco ist es aber auch, glaube ich. Klingt aber auch. Keine Ahnung. Ich war auf jeden Fall eben als... Warte mal, wer war denn das? Ich glaube, Marco ist Schalter. Warum wird nicht für mich... Ich hätte doch nichts gemacht im Dreckskrebel. Ich sage, wie Hannes Markus ist. Fuck. Mal gucken. Ach, Lexi hat's für sich selber gewollt. Das ist aber süß. Ja, Lexi ließ es nämlich auch. Sie hat's eingesehen. Nee. Oh Gott. Dann ist es nicht schütz. Dann ist es Stöbe. Dann ist es Stöbe und Stranger. 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 Ich muss sie auf den roten Knopf drücken. Hallo, ich hatte von Anfang an gesagt, das ist der Wombard. Aber das ist Aaron, das kann schon auch sein. Das kann natürlich nicht sein. Nee, Aaron... Ah. Nee, darf ich ja nicht mehr so reden. So, wir müssen... Wer macht denn da gar nicht die Tasks? Der ist ja wild. Äh, ich? Oh Gott, ich bin eingesperrt. Hilfe! Warum habt ihr nicht sabotiert an die Imposter ganz kurz? Pah! Wann ist das ja gar nicht gestorben? Hä? Wann ist denn... Lexi? Ach ja, Lexi haben wir rausgeworfen. Ach ja, Lexi wurde rausgeworfen. Also ich hab jetzt grad noch zwei Tasks gemacht. Einmal die Karte durchgedingst. Und einmal im Medical Room. Warum denn nicht? Ich hab doch easy sabotieren können. Aber ich krieg's doch hier. Ja, ja, ja. Ich glaub, Marco ist grad... Marco ist grad kurz... Egal, Natan... Natan... Natan möchte ich jede Person an. Natan sagt... Also ich muss sagen... Moritz ist es... Moritz, was hast du für Tasks gemacht? Also einmal hab ich die Karte da durchgezogen. Beim, äh... Adminraum. Dann müsstet ihr mich einfach wieder durch die Cafeteria nach links gehen sehen. Boah! Dann hab ich im Medical Room, äh, dann noch den Knopf gedrückt, weil diese... Glasfiolen waren fertig. Okay. Also... Ich glaube, der Imposter hat nicht gecheckt, dass wenn er am Knopf steht, dass man dann nicht sabotieren kann. Weil dann die Huster steht statt Sabotage. Und ich glaub, das ist Marco... Und ich glaub, das ist Marco... Ah, nein, ah, nein... Also... Es waren drei Fortschritte, glaub ich. Ja, also zwei kamen von mir. Ich bin mir noch nicht sicher. Ach stimmt, das kann ja dir auch sein. Naja... 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 Ich glaub auch nicht. Ich bin für Marco. Ich bin auch... Also... Moritz hat nichts gemacht, als ich da war. Wie? Wo? Ja... 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 Ich hätte aber direkt hier Dingswimps gemacht. Martin, du hast hier bisher jeden gut angesperrt. Hast du das gesehen? Haha... Du hast den Kampf aus dem Mond angesperrt. Aus dem Mond angesperrt. Aus dem Mond angesperrt. Ja, genau. Ich war im Medical Room äh... Noch eingesperrt, Leute. Wollte ich noch kurz anmerken. Doch... Nee... Bei Vöbel... Vöbel ist auch Suspekt. Ich werd schon über Arten gesperrt von allen Leuten. Was was was... Ja, ich hab Marco jetzt angekreidet. Die ganze linke Seite ist Suspekt. Aber Elcranger vertraue ich davon noch am meisten. Danke, danke. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Aron... Wohlweise. Danke. Ich mach nicht... Ach, Aron hat gar nicht gewählt, der Arsch. Ach, Aron hat gar nicht gewählt, der Arsch. Ach, Aron hat gar nicht gewählt, der Arsch. Ja, weil du der Imposter bist. Ja, das stimmt schon. Ja. So. Und der andere... Ey, Aron ist so ein... Der schellt immer jeden an. Am besten bleiben wir drei einfach zusammen, oder? Am besten bleiben wir jetzt einfach zusammen. Okay. Weil dann... Ja. 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 Wie seid ihr da hingekommen? Du kannst da jetzt feiltasten und dann kannst du aussuchen, wo du hingehen willst. Dass das geklappt hat, Leon. Oh nein. Leon bleib du da, glaube ich. Man, ihr sollt da aber einfach in den Toast rein. Okay, gut. Wer ist tot? Hm. Ich glaube, es ist Flexi. Ich hab mega gut gestalt, Leute. Ja, Aron, Aron, durch die Lüftungsschacht können nur die Imposter. Kann. 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 Okay, sorry. Dadurch hast du dich halt verraten, ne? Ja, ich kann's dir sagen. Hallo, Aron. Kann ich reden? Ich weiß jetzt. Er hat als erstes hier sein, 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 sein Personalausweis scannt. Ja. Und danach ist er gleich runtergegangen. Ja. Und das war schnell genug. Ich hab nur gesehen, wie jeder, ihr war ein Arter bei jedem anstört. Ich hab nur gesehen, wie jeder, ihr war ein Arter bei jedem anstört. Ich hab zwei Leute und einer davon bei uns. Ich hab drei angestört. Also was ihr so'n Dreck bei mir benutzt, das heißt echt dreckig. Kinde ich auch. Musst er ja gerne finden. Dann mach ich eine Runde. Weil danach ist Conny weg. Dann ist das eine gute, gute Folge. Dann gab es jetzt genau das gleiche wie die letzte Runde. Ach ne, nicht schon wieder. Ich mach dir das Licht jetzt erstmal nicht mehr an. Ich geh jetzt erstmal hier hin. Und so, Aron, tötest du mich? Oder nicht? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Oh, er ist weg. Keine Ahnung, wo er ist. Da kam mir jemand entgegen. Oh Gott. Aron, geh weg. Danke. So. So. Mach da gar nichts. Der tötet mich jetzt. Hä? Was ist das denn für'n Troll? Was ist das denn für'n Troll? Oh oh. Okay. Lag unten vorm Licht. Vorm... Also... Okay. Also ich denke, dass Moritz safe ist, weil der oben im Waffenraum war und dann so weiter unten so in der Navigationsarea war mit mir. Okay. Pass auf Leben. Lexi ist safe. Neugierterzeit bei mir. Ja. Wie alle hier safe rum sagen, Alter. Aber es ist... Es gibt zwei Imposter. Es gibt zwei Imposter. Nicht nur einen. Ja, aber dann hat... Wo war denn die Leiche? Weil... Ja, ich hab Aron gesehen und Michael und Lexi gesehen und... Also ich hab Conny die ganze Zeit gesehen. Und... Ja, er mich dann... Also Aron ist durchfällig. Also ich hab Moritz und äh... Und den Tank... Also Leon gesehen. Ja, ich auch. Und wo war Leon? Ich hab Leon nämlich nicht gesehen. Und wir waren die ganze Zeit zusammen, Aron. Also... Also ich muss sagen, der Leon, der kommt mir ein bisschen Suspekt vor. Ja, also ich glaube Leon und Aron sind es. Leon und Aron sind es. Ich find Lexi auch ziemlich Suspekt. Nee, nee, nee. Leon und Aron sind es. Ich... Ich... Da wärst du ja tot, Moritz. Nein. Nein. Warte, 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 warte. Bevor wir jetzt wieder Leute... Weil Aron noch schüchtern ist. Lass die Scheiße ein. Fass gibt. Auch die Hattens weitermachen. Was habt ihr gewartet alle? Ich hab Leon gewartet. Gip. 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 Was die sich zusammenspielt. Ich glaub lieber mit Conny hinterher. Ja, Conny ist safe. Ja. Alle sind safe. Ich glaube, sie sind auch safe. Ich mein... Ich mein... Ich mein... Ich mein... Ich mein... Ach du Scheiße. Was muss ich eigentlich überhaupt machen? Ich kann da... Ich weiß nicht... Aha. Ja. Wenn er mich jetzt töte, dann ist es echt Leon. Ne. Er geht weg. Er geht weg. Oh. Leon ist es vielleicht doch nicht. Das ist komplett... Wie? Ich bin fertig? Ne. Egal. Egal. Wir gehen einfach hier oben hin. Vielleicht sind es Leon und Dings doch nicht. Hab ich mich aber arg vertan. Aber... Wie konnte Aron Leon sehen? Ich hab ihn nicht gesehen. Und wir waren die ganze Zeit zusammen. Vielleicht seh ich das in der Aufnahme nochmal. Clara. Wie geht das? Jetzt bin ich natürlich alleine. Da wo du den Stand sind kommst. Nicht so gut. Aber wir machen das jetzt hier einfach. So. Wir gucken mal da unten. Da war nämlich... Oh Mann ey. Ach. Das nervt mich ja jetzt. Ist jemand? Da ist der Tanker. Du 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 du. Du 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 du. Du 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 du. Oh nein. Ne 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 ne. Lasst mich. Lasst mich in Ruhe. Lasst mich in Ruhe. Lasst mich bloß in Ruhe. Wieso läuft mir jetzt Marco hinterher? Hallo. Die laufen hinterher. Hilfe. Ich laufe jetzt im Kreis. Was sagt ihr das? Ich werde eiskalt verfolgt. Es wird verfolgt. Alter. Der verfolgt mich. Hier kann es eigentlich wieder Marco sein. Mann der Wombat hat mich die ganze Zeit verfolgt. Ich war so paranoid. Und dann. Weißt du. Ich dachte mir so. Man darf jetzt nicht gekehlt. Für wen hab ich gestimmt. Für deren Wombat. Ja und ich hab für Leon gestimmt. Und auf einmal werden wir und ich gleichzeitig abgestochen. Ne. Du stimmt. Marco ist da wieder dabei. An der Stelle. Scheiße. Ich konnte Report drücken. Aber. Ich hab nicht mehr verstanden. Dass überhaupt wieder gestorben ist. Na Arthur ne. Na Arthur. Na Arthur. Na Arthur. Na Arthur mir so ne. Wer jetzt killt ihr auch. Du auch insten mitkillst. Und auch König auch reporten kann. Ey. Ich wollte gerade reporten. Ich wollte reporten. Und bin denen auf die scheiß Task gekommen. Alter. Ich möchte dich anhalten. Das Ding ist. Ich hab euch nicht mal gesehen. Also ich hab nur orange gesehen. Ich hab nur Leon gesehen. Und Wombat. Vor allem geht da dieses Fenster auf. Das macht mir der Rücken schlicht. Und ich hab mir so. Hier ist doch noch. Hier sind vier Leute drin. Oh. Das war's jetzt mit der Folge. Wir sehen uns gleich wieder. Bis dann. Ich hab mich halt an. Schön.